Moin moin und hallo zu Game Two. Heute mit einem dicken Nachschlag von der Gamescom. Spock auf den 19. Viel Spaß. Ja, sieben Tage hab ich gewartet. Hab ich in der Schlange gestanden für uns beide. Aber wir haben es geschafft. Wir haben uns Avengers-Tagen geguckt. Das scheint die längste Gamescom aller Zeiten zu sein. Aber na ja, Avengers hat sich auf jeden Fall gelohnt. Oder Chris, was hast du? Ja, alles in allem hat es sich gelohnt. Um es mal kurz zusammenzufassen. Die Avengers feiern den A-Day. Sie werden angegriffen. Und ab da ist eigentlich nur noch Action-Feuerwerk. Ich fand, es hat mich stellenweise schon so ein bisschen auch an Tomb Raider erinnert. Zum Beispiel gab es da so eine Sequenz, wo man auf dieser einstürzenden Brücke so lang rennt. Das ist quasi genau dasselbe wie bei Tomb Raider, wenn die irgendwie so eine Schlammlawine vor der wegrennt oder einen Berg runterrutscht. Generell war es ultralinear, was wir gesehen haben. Es war alles durchgescriptet. Auch die Kämpfe teilweise mit QTEs. Hat mich aber nicht gestört, weil es eben cool inszeniert war. Die haben ja eine große... Sie legen sehr viel Wert auf ihre Story, die ja komplett dafür geschrieben wurde für das Spiel. Ich als Comic-Leser bin jetzt noch nicht ganz überzeugt. Das klingt schon nach einer ziemlichen 0815-Geschichte. und dachte, oh nein, Captain America ist tot. Wir zeigen euch trotzdem, wie er sich steuert. Ja, ist alles so. Hat man schon mal gesehen, hat man schon mal gelesen. Aber man spielt es halt, um sich so zu fühlen wie die Helden selber. Und das haben sie bis jetzt ganz gut hingekriegt. In dieser Introsequenz haben wir alle Avengers mal gespielt, jedenfalls alle von den fünf Haupt-Avengers, die zum Start dabei sind. Und alle fünf haben zwar eigentlich das grundlegend selbere Steuerungslayout. Das heißt, es gibt einen leichten Schlag, einen harten Schlag, einen Superschlag, einen aufgeladenen. aber trotzdem haben sich alle relativ unterschiedlich gespielt und unterschiedlich angefühlt. Ich fand, das hat sich schon alles geil gesteuert so, das war alles schön direkt, das hatte einen guten Flow. Ich fand aber nicht, dass es so flüssig durchgelaufen ist, wie zum Beispiel Batman, was natürlich auch dran liegen kann, dass wir einfach nur nicht eingespielt sind und da kommt natürlich noch eine ganze Menge. Also, wer Bock hat, kann sich zum Beispiel ein Tor bauen, der eher auf Fernkampf geht, der mit seinen Blitzen zuschlägt. Man kann sich aber auch ein Tor bauen, der mit Mjöln hier zuhaut und eher so ein bisschen der Balki-Nahkämpfer ist. Es gibt natürlich auch etliche Kostüme. Das ist aber hauptsächlich visuell, also rein visuell sogar. Also alles, was Spielrelevantes ist, was Mechaniken sind, Perks und Skills und sonst was, das kann man sich alles nur erspielen. Was man sich später auch für Echtgeld kaufen kann, sind dann die Cosmetics, was natürlich bei den Superhelden viel Spielraum bietet. Ich meine, es sind Cosmetics. Dafür, wer es liebt, kann sich's zuhaften, da kann man nichts gegen sagen. So that is an entrance. Das größte Fragezeichen, was ich jetzt aktuell noch im Kopf hab, ist, wie's denn mit diesem Online-Offline-Single-Multiplayer-Mischmasch, wie sich das nachher ausgeht, weil wir natürlich von dem Multiplayer-Part noch nix gesehen haben, wir haben alle Singleplayer gespielt. Wenn man sich wirklich bei jeder Nebenmission jeden Helden aussuchen kann, das heißt, ob der jetzt nur am Boden ist oder fliegen kann, das muss für alle gleich funktionieren und dann alle vier gleichzeitig Progress haben, boah, ob sie das hinkriegen. Ja, da bin ich nämlich auch gespannt, weil, was man auch sagen kann, ist, dass wenn man Multiplayer-Online spielt, dass dann auch jeder Held nur einmal darin vorkommen kann in einer Mission. Also, es ist nicht so, dass man mit einem Trupp von fünf Captain Americas losziehen kann. Um's kurz abzureißen, ich hoffe, dass es nicht die ganze Zeit so ein Action-Geballer ist. Ich hoffe, dass es auch mal ein paar ruhigere Momente gibt, in denen sich die Charaktere auch richtig entwickeln können, dass das nicht nur so ganz plumpe Abziehbildchen sind. Aber ansonsten bin ich dem relativ positiv gestimmt, wenn dann dieses Online-Offline-Gemixe irgendwie ausgeht. Ja, hoffentlich geht die Rechnung auf, aber wir drücken mal die Daumen. Das wird schon ein ganz geiles werden. Denk ich auch. Und damit würde ich sagen, gehen wir von fetten Triple-A-Geballer zu kleinen heißen Indie-Perlen mit Sebastian wahrscheinlich. Markus. Sebastian. Das dritte Mal in die Arena, äh, auf der Gamescom, wir zusammen. Wir zusammen, wir gehen jetzt rein, weil es gibt sehr viele Spiele und wir haben richtig Bock und sehr wenig Zeit. Sehr wenig Zeit, ganz genau, los geht's. Äh, erzähl du doch schon mal nebenbei ein bisschen was zum Spielen. Gut, das ist VR Giants, ein Zwei-Spieler-Koop-Spiel mit VR. Das bedeutet, dass eine Spielerin oder ein Spieler die VR-Prälle deckt und die andere sitzt am Desktop und versucht, gemeinsam Levels zu lösen. Das Besondere am Spiel ist, dass eben dieser kooperative Charakter, ja. Dadurch, dass eine Person in dem Spiel als Riese dargestellt wird und sehr groß ist, hat sich natürlich um einiges mehr Wirkungsmacht in dieser digitalen Welt als die kleine Person. Einmal schnell wechseln. Wir sind gerade beim Speaking Simulator, wie man vielleicht sieht. Eine sehr schöne Dekoration, wie ich finde. Ja. Also, Jett. Ja. Was ist der Speaking Simulator? Der Speaking Simulator ist über einen Robot, der versucht, die Gesellschaft einfach über eine Konversation mit Menschen zu haben. Okay. Also, du musst den Robotern in den richtigen Plätzen移ern, um deine Worte zu machen, um deine Worte zu kommen, und um eine Konversation zu machen, wie wir jetzt haben. So, Markus, wie fandest du denn den Speaking Simulator? Das hat mir voll viel Spaß gemacht. Wir würden gerne We Are Screwed spielen. Aber was ist We Are Screwed? We Are Screwed ist ein Space-Koop-Game, in dem wir jetzt als Team das schlechteste Raumschiff der Galaxie spielen werden. Und wir werden das Universum erforschen, wir werden Mysterien finden, und werden vielleicht sogar den ein oder anderen Boss finden im Game. Die allerwichtigste Frage als allererstes, habt ihr wirklich... Ja, das ist echte Astronautennahrung. Also gerne für euch als Stärkung, wenn wir die Mission schaffen. Wir haben es leider verkackt, aber wir haben ein Level geschafft. Ihr habt ein Level geschafft. Und dafür habt ihr euch... Weltraumnahrung. Weltraumnahrung verdient. Wir sind jetzt wieder bei unserem alten Unterhund-Freund. Und zwar nicht nur Vectronom, sondern auch dem guten Utz. Hallo Utz. Hey. Na? Wir haben gesehen, ihr habt einen richtig geilen Stand diesmal. Ihr könnt ja nicht noch mal einen Unterhund gewinnen. So ehrlich müssen wir sein. Das wäre unfair. Aber ihr habt eine geile Tanzmatte am Start. Deshalb würd ich sagen, probieren wir das einfach mal aus. Haben wir ja grad noch nicht. Sofällig ist Sebastian auch Tanzmattenprofi. Ich muss jetzt voll überlegen. Das ist ja richtig anstrengend. Jau, Arbe! Wenn du das Spiel einmal ganz durch hast... Ach du Scheiße. ...die BPM hier verändern. Boah! Du, Arschloch! Schön die anstrengenden Spiele zuerst rausgesucht. Wir sind schon komplett im Arsch. Vielleicht nicht so eine taktische Wahl, aber... Egal, dafür waren sie witzig. Das stimmt. Suchen wir uns das nächste witzige Spiel. Was ruhiges jetzt. Okay, was ruhiges. Okay, was ruhiges. So, der Spiel ist von Mechanical Head, das ist eigentlich ein one-man-studio. Oh, richtig? Ja. Und er hat alles in dem Spiel gemacht. Die einzige, die es nicht gemacht hat, ist die Musik. Die Musik ist von Henrik Martin. Aber es ist eigentlich eher ein... ...aktion-game als eine Metroidvania? Ja. Es ist eigentlich nicht wirklich eine Metroidvania. Die erste Inspiration ist eigentlich Ninja Gaiden. Und es ist auch Inspiration von Contra, Batman, Ninja Turtles, und Mario für den Design. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Vielen Dank. Danke. Okay. Okay. What is happening with him? Oh, I have to catch him? I almost died. Okay. Trust me, I will catch you. Okay. Trust me, I will catch you. Ah, haaah. Ah, haaah. You still, you still feelin' well. Eh, thank you. You have, like, eh, fuck, wie sieht ein Karten? A Cart? A Cart? Just a Cart. Jetzt wollen wir uns Out of Place anschauen. Ich hab mir einen kleinen Trailer angeguckt und dachte mir so, ojo, sieht ja ganz schön beeindruckend aus. Und dann habe ich gehört, dass das ganz kleiner Entwickler ist, der das gerade macht und deshalb will ich jetzt mal nachfragen. Hallo, bist du ein ganz kleiner Entwickler? Ja, ich bin ein ganz kleiner Entwickler, aus Hamburg sogar. Wie groß ist euer Team? Wir sind drei Leute, also wirklich ziemlich klein. Du wirst wahrscheinlich den ein oder anderen Bug finden, eineinhalb Monate Entwicklungszeit. Da blieb nicht so viel Zeit, dann noch die ganzen Bugs rauszufinden. Ihr habt das in eineinhalb Monaten gemacht? Ja. Ist ja ganz schön ambitioniert, oder? Wenn man drei Leute im Team hat, dann auch noch ein 3D-Spiel auf die Beine zu stellen? Ja, das ist auf jeden Fall ambitioniert, weil wir vorhaben, wirklich wieder was Deutsches zu produzieren, was im deutschen Indie-Markt so ein bisschen raussticht, was nicht der nächste Mobile-Titel oder nächste 2D-Plattformer ist. Die sind auch cool, aber wir wollen mal wieder so ein bisschen was mit Higher Production Value produzieren, was dann auch was hermacht. Genau. Ich stehe die ganze Zeit wie so ein Gangster dabei, wir beide. Ich weiß nicht, das ist ja auch noch nach. Ja, richtig. Da der Rechtsantrag, da der Rechtsantrag. In-up! Wie steht ihr denn dann zum ganzen Thema Computerspiele-Förderung in Deutschland? Ja, da würden wir uns freuen, wenn es da was gibt. Ich weiß nicht, inwieweit ihr euch mit der Fördersituation in Hamburg auskennt, aber die ist ungefähr genauso wie die Wüste da. Da gibt es nämlich nichts. Deswegen würden wir uns natürlich umso mehr über so eine größere Games-Förderung, die jetzt bundesweit und unabhängig vom Standort ist, freuen. Ja, sehr schön, das war eine coole Demo, vielen Dank für die Zeit. Danke euch. Und wir drücken die Daumen. Ja, danke. Das sah echt geil aus. Ich find's supergeil, supergeil. Indie Village 2019. Wieder sehr vollgepackt mit sehr vielen bunten, tollen Spielen. Ja, das war wunderschön, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Körperlich anstrengend zwar, aber das ist egal, das nehmen wir gerne in Kauf für tolle Indie-Spiele. Es lohnt sich, ich hoffe, die kommen sehr schnell raus. Yes, aber jetzt ist es echt Zeit, ein bisschen out zu chillen. Genau. Ihr versteht. Wir geben weiter an die Strategie-Jungs Micha. Und Valentin. Das wird bestimmt auch super. Ciao. Peace. Wir chillen. Out. Ich stehe bei THQ Nordic und ich gucke mir gleich Desperados 3 an, ich bin sehr gespannt. Was ich aber schon mal sagen kann, ist, dass das Essen hier bei THQ Nordic wirklich fantastisch ist. Also die Snacks, das ist ein ganz toller Schinken, richtig lecker Käse, so eine Rinder-Bulette auf schwäbischen Spätzle und so. Also ich hab's wirklich geliebt, das war richtig geil. Apropos leckeres Essen, mach doch mal ein Schnittbild. Und ja, jetzt hab ich richtig Bock, dieses Spiel sehr zu loben. Die anderen Publisher geben natürlich auch gutes Essen raus, aber das ist schon mal eine Leistung. Bis gleich. Tja, und genau wieder leckere Schinken wirkt in der Präsi auch Desperados 3 auf mich. Klassisch und gut abgehangen. Denn das grundlegende isometrische Stealth-Gameplay gibt's ja schon seit Kommandos aus dem Jahr 1998. Das Kernprinzip? Ihr müsst stets auf die feindlichen Sichtkegel achten, um unentdeckt zu bleiben, sonst gibt's Alarm und dann macht's Peng. Peng. Und so meuchelt ihr Stück für Stück die Karte leer, um Missionsziele zu erreichen. Dabei greift ihr auf die verschiedenen Skills der fünf Helden zurück. Zum Beispiel der Trapper Hector, der dank seiner süßen Bärenfalle Bianca seine Feinde ins Verderben pfeift. Hombri! 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 Die Möglichkeiten sind scheinbar unendlich, und das fand ich schon gut in der Präsi. Auch die Story scheint nun wichtiger zu sein. Sie kommt in den Gesprächen auch überraschend gut rüber, laut Entwickler, vor allem wegen der schicken Animation. Äh, die wir diesmal auch komplett mit Mocap aufgenommen haben, was ich ehrlich gesagt in dem Game in der Perspektive noch nie gesehen hab davor, ähm, da haben wir gut draufgehauen. Apropos draufhauen. Neu ist auch der Showdown-Modus, bei dem ihr in brenzlichen Situationen die Chance habt, auf Pause zu drücken und allen euren Helden rettende Befehle zu erteilen. Die Fans streiten übrigens, ob das noch hardcore ist. Ich fand's ja nicht. Genau wie den Rest. Jetzt mal unabhängig vom Schinken. Insofern, das könnte mein erstes, äh, wie nennt sich das Genre, Echtzeit-Strategie-Taktik-Gelöt-Spiel werden im Wilden Westen, ich freu mich drauf, viel Spaß dabei, Michael. Weiter geht's mit Wasteland 3 und einer kleinen Geschichtsstunde. Wasteland 1 ist ja ein richtiger Rollenspiel-Opper. Der rundenbasierte Endzeit-Klopfer erschien bereits 1988, er sprengte damals Genre-Grenzen und wurde vor allem für seine große spielerische Freiheit von Rollenspiel-Fans gefeiert, gemeinsam mit David Hasselhoff. Weil Entwickler Interplay jedoch aus rechtlichen Gründen keinen Nachfolger entwickeln durfte, wurde das ziemlich ähnliche Fallout 1 erdacht und fuhr die ganzen Lorbeeren ein. Das arme Wasteland bekam deshalb erst 2014, also 26 Jahre später, dank Crowdfunding einen Nachfolger. Und weil das ein ziemlich geiles Rollenspiel war, wurden die Entwickler ein offizieller Teil der Xbox Game Studios. Und unter deren Flagge ist jetzt der aufgebohrte dritte Teil im Anmarsch. Bam! Faszinierend. Warum die ganze Geschichtsstunde? Weil ich nur 10 Minuten Anzockzeit hatte. Viel zu wenig, um so'n Rollenspiel-Klotz ansatzweise zu verdauen. Ich kann nur sagen, dass die taktischen Scharmützel im verschneiten Colorado spaßig waren. Wie viel Reichweite hat meine Waffe? Wie nutze ich Deckung und Höhenstufen richtig aus? Schick ich meinen Bulldozer los, um die Leute wegzuwämsen? Da gab's schon krass viele Möglichkeiten. Übrigens, die zusätzliche Microsoft-Kohle wurde in die humorvoll vertonten Dialoge und schicke grafische Effekte gesteckt. Guck mal hier zum Beispiel, ganz geil für so'n Rollenspiel-Opa. Achja, und das, was die Reihe groß gemacht hat, die enorme spielerische Freiheit, wurde laut Entwickler mächtig aufgeblasen. Das klingt doch alles ganz geil. Ob's stimmt, kann nur die Vollversion zeigen. So, Garçon, Alkohol, bitte. Wasteland 3, man merkt die Fallout-Wurzeln oder man merkt bei Fallout die Wasteland-Wurzeln, je nachdem. Ich bin sehr gespannt, wie das fertige Spiel wird und jetzt war ich wirklich mal Feierabend. Jetzt kommt Valentin, der hatte gerade seit allerersten Termin überhaupt, ist natürlich aufgeregt. Bin ich mal gespannt. Valentin! Mensch, klasse! Hast du den ersten Termin jetzt gehabt, ne? Ja, 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 ja. Und zwar direkt ein super komplexes Strategiespiel. Knights of Honor 2 Sovereign. Das soll ja gut sein. Das soll ja gut sein. Ja, das ist sehr gut. Aber ich habe ehrlich gesagt alles vergessen, weil es so viel Input war. Aber ich habe mir Notizen gemacht. Na gut, vielleicht ein bisschen viele, um jetzt auf alles einzugehen. Deswegen das wichtigste in Kürze. 15 Jahre nach dem ersten Teil befindet sich nun eine Fortsetzung der Knights of Honor-Reihe in Entwicklung. Vergleichbar ist das Ganze mit Total War. Der zweite Teil spielt im 15. Jahrhundert zu Zeiten der Kreuzzüge. Ihr verwaltet als Monarch euer Königreich. Das passiert überwiegend auf einer strategischen Kartenansicht in Echtzeit. Hier baut ihr Gebäude, verschiebt Truppen und sendet Spionen aus. Ganz toll ist das. Bilder haben wir davon nur keine. Wirst ihr ein bisschen Fantasie mitbringen. Die Truppen wiederum befehle ich dir in guter alter ATS-Manier. Natürlich bringt das Game eine gewisse Komplexität mit sich. Allerdings wollen euch die Entwickler da keinesfalls erschlagen. Vielleicht kann es sich gerade dadurch von der Total War-Reihe abheben. Ich habe jedenfalls ein ganz gutes Gefühl bei der Sache. Da Details wie ein Religions- und Diplomatiesystem dem Genre einige neue Facetten verpassen könnten. Ja, glaubt mir, das war wirklich anders in Total War. Aber sehen könnt ihr es wieder nicht. Wesentlich mehr gab es danach aber bei Empire of Synth zu sehen. Und das kommt von niemand Geringerem als John fucking Romero. Der hat mit unter anderem Doom einfach mal das Ego-Shooter-Genre mitbegründet. Und den dürfen wir auch gleich interviewen. Äh, okay, wer ist denn das? Entschuldigung, where is the John, Brandon Woman? Ne, hab ich natürlich nicht gesagt. Brenda Romero war nämlich super nett und der Plausch total interessant. Sie ist schließlich der ultimative Head of Everything von Empire of Sin. Das spielt in Chicago der 1920er Jahre und damit zur Zeit der Prohibition. Da musste ich direkt an Serien wie Boardwalk Empire oder The Sopranos denken. Und sie offensichtlich auch. Auf den ersten Blick sieht das Spiel wie ein XCOM-Klon aus, da es auf ein rundenbasiertes Kampfsystem baut. Ist ein Charakter tot? Ist er tot? Zu meiner Überraschung gab es aber dann doch einige Unterschiede. Ich denke, die principale Unterschiede ist, dass es nicht deinem Team oder mein Team. Es ist basiert auf Initiative. Und das ist, wo wir mehr die Rolle-Playing-Elemente in den Spiel. Die Charaktere-Initiative entscheidet die Geschwindigkeit, an der sie gehen. Aber ich denke, in den Kampf gibt es einige der größten Unterschiede, die man sieht, sind die Beziehungen, die die Charaktere haben. Ja, das stimmt. Zum Beispiel können sich Charaktere in der eigenen Bande oder darüber hinaus ineinander verlieben. Das kann zum Problem werden, wenn die Turtel-Täubchen sich im Kampf begegnen. Die wollen verständlicherweise dann nämlich nicht mehr aufeinander schießen. Tja, Problem, was? Und das klingt nach einer unglaublich spannenden Mechanik, die man so nicht in einem Strategiespiel erwartet. Genauso wie ein Dialogsystem. Darüber könnt ihr Entscheidungen in Quests fällen oder mit Mafiabossen anderer Fraktionen um Krieg oder Frieden verhandeln. Und als sei das alles noch nicht genug, setzen die Entwickler noch eine kleine Wirtschaftssimulation obendrauf. Die Auseinandersetzungen mit anderen Fraktionen kommen nur zustande, weil ihr zum Beispiel deren Bar, Brauerei oder Casino übernehmen wollt. Euren Neuerwerb müsst ihr anschließend richtig managen. Bleibt beispielsweise Besuch aus, könnt ihr mit einer Jazzband neues Publikum anlocken. Um es kurz zu machen, Empire of Sin hat mich wirklich überrascht. Neben der rundenbasierten Strategie hat es viele Elemente, die man in diesem Genre nicht erwartet. Und darauf habe ich richtig Bock. So, nun reicht es mir aber erstmal mit Strategie. Löst mich hier jemand ab? Ja, hier, ähm, ich. Viel zu früh morgens bin ich losgetigert, um Iron Harvest anzuzocken. Kurz zusammengefasst, ballert ihr euch hier mit einer der fiktiven Fraktionen Polonia, Russwirt oder dem sächsischen Imperium mit Mex durch den Ersten Weltkrieg. Hab ich schon gesagt, dass es sehr früh war. Also, kurz einen Schluck Kaffee, den Trailer angeschaut und schon ging's los. Ha, if you ask me, get ready to fight. Echtzeitstrategie mit komplexer Steuerung und ganz viel Micromanagement. Hier müsst ihr taktieren und den Kopf schön hinter der Deckung halten. Kurzum, Iron Harvest ist das strategiespieligste Strategiespiel, das ihr in diesem Strategiespiel-Blog sehen werdet. In so einer kurzen Anzugs-Session im lauten Messetrubel und ohne Tutorial lässt sich das aber vielleicht auch nicht so gut fassen. Na, Vergangenheit, Sarah? Ein paar letzte Worte? Wir durften gerade die Story von Iron Harvest zocken. Ähm, da geht's um die Anna und die hat einen süßen Bären dabei. Der Wojtek heißt der. Und der kann ja Sachen, der kann erstens mal alle hier kaputt kloppen. Mit seinen krassen Kranken. Und der soll nachher auch mir die Kids schleppen können. Wojtek gab's übrigens wirklich. Und jetzt schnell weiter mit Final Fantasy. Wir haben ja schließlich noch viel vor. Der ganze PC-Quatsch mit Michael und Valentin. Jetzt ist ja endlich mal Schluss damit. Jetzt kommt das Wichtige. Oh ja. Jetzt kommen hübsche junge Männer mit blonden Haaren, spitzenblonden Haaren und kugelrunden, großen Augen. Gerade, bis eben habe ich mich noch angesprochen gefühlt. Ja, ich meine auch Sebastian. Aber ich meine natürlich auch Final Fantasy 7. Okay. Geil. Und äh... Trials of Mana, nicht vergessen. Trials of Mana natürlich, genau. Trials of Mana wird richtig geil. Ich habe sehr große Erwartungen. Das kann nur richtig gut werden. Aber ich glaube, wir müssen uns beeilen. Kameramann, lauf! Ja. 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 Das war richtig gut. Das war echt gut. Also, ich bin sehr froh, dass sie sich für so eine Art Kampfsystem entschieden haben. Holy Shit, wie gut geht das, oder? Das fühlt sich so gut an. Wie geil das funktioniert, dass du wirklich in so einem Actionmodus bist, aber jederzeit diese Zeitlupe einstellen kannst, die halt richtig geil aussieht und dann alles auswählen kannst. Aber gleichzeitig auch noch diese Übersicht zu behalten, das ist halt so fantastisch. Und das auch mit mehreren Gegnern, weil das war ja meine Befürchtung, dass wenn mehrere Gegner da sind, dass es halt super schnell unübersichtlich wird. Und es stimmt schon, du verlierst die Gegner so ein bisschen aus den Augen, die Kamera ist auch nicht so hundertprozentig perfekt hier und da, aber du merkst, du verlierst die Übersicht, du drückst X, alles pausiert und du kannst dann auswählen, wen du angreifst und dadurch bleibt alles irgendwie safe. Äh, ich finde auch grafisch ist es halt echt geil, so die Charaktere, wie sie aussehen und die ganze Umgebung, das sieht schon echt abgefahren aus. Aber, weil du hast gerade auch schon so geguckt, was hast du gesagt? Also, die Haare waren so ein bisschen, die waren leicht unscharf und ich weiß nicht, haben versucht, so strähnig die Haare zu machen. Ja, mein Problem war eher, dass die Bildwiederholrate nicht so hoch war. Also, ich hab immer gemerkt, wenn du die Kamera gesquotcht hast, also gedreht hast, dann kam das so richtig ins Stocken, das hat mir noch nicht so gefallen, vielleicht optimieren sie das halt noch. Halt deinen Arsch! Äh, die deutsche Synchro haben wir gerade auch gesehen zum ersten Mal. Ja, also ich sag mal, die Stimmen waren gut. Ja, ich muss sagen, mir hat da so stellenweise so ein bisschen das Schauspiel gefehlt, also man hat sich nicht so richtig hineinversetzt gefühlt. Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Aber ey, ich bin super happy, ich weiß nicht, wie's mit dir ist. Ja, definitiv. Also, ich glaub, das war jetzt auch mein Highlight. Geil. Ich hoffe, mein Highlight kommt jetzt, denn wir gucken uns jetzt Trials of Mana an. Aber das ist, äh, ist im Keller, oder? Ja, ich glaub schon. Okay, ciao. Ich glaub, es ist im Keller. Gott. Wir waren gerade bei meinem persönlichen Highlight. Ich bin großer Mana-Fan. Haben wir alle gehört, ja. Hab das, glaub ich, schon ein paar Mal erwähnt, dass Figur of Mana das beste Spiel überhaupt ist. Das ist jetzt der dritte Teil, der gerimakt wurde. Und das ist ein bisschen fies, weil wir waren eben gerade bei Final Fantasy. Und Final Fantasy ist halt so das krasse Remake. Und Trials of Mana ist halt technisch echt ganz schön low. Naja, es passt zu dem Spiel. Also, für mich kann ich das immer als Anime-Comic-Optik abstempeln und da nehm ich auch den unscharfen Stein und den hässlichen Wasserfall im Hintergrund in Kauf, weil die Charaktermodelle, die waren völlig in Ordnung. Ja, vor allem, was man halt sagen muss, es sieht halt wesentlich besser aus als das erste Remake, also Secret of Mana. Absolut. Be quiet, stupid. Das war wirklich schlimm. Und das ist jetzt schon eine ganze Ecke besser. Es sieht irgendwie ganz schick aus. Und vor allem haben sie sich diesmal das Recht rausgenommen, auch wirklich ein bisschen was zu verändern und auch wirklich mal zu modernisieren. Das allerbeste ist, dass sie das Kampfsystem halt überarbeitet haben. Das stimmt, ja. Ich wollte ja auch Secret of Mana nachholen, das haben wir auch mal zusammengespielt. Ich hab's nicht lange ausgehalten. Das Kampfsystem kannst du heute nicht mehr bringen. Und jetzt ist schön modern, du hast verschiedene Arten von Angriffen, einen schweren und einen normalen Angriff, kannst ne Ausweichrolle machen. Du hast sogar Skills, die du über die Schultertaste auslösen kannst. Du hast aber auch einen Aufladeschlag, so das klassische Secret of Mana-Ding. Und dadurch wirkt das halt wirklich gleich viel moderner und aktiver. Wir hatten ja auch einen kleinen Bosskampf gegen so einen Krebs und der hatte auch so verschiedene Angriffsmuster. So ein bisschen wie bei Final Fantasy 7, natürlich alles ein bisschen seichter, aber auch so, dass er so einen Sprungangriff hatte und du hast gleich so eine rote Fläche markiert bekommen. Du wusstest, ich muss jetzt weg. Das fühlt sich gut an, ich hab's auf der Switch gespielt. Du auf der PlayStation kann man auch im Handheld-Modus super wegspielen. Da sah's auch noch mal ein bisschen besser aus. Also die unscharfen Sachen sind mir jetzt übrigens auf der Switch nicht so aufgefallen. Ein kleinerer Bildschirm. Also ich hab da Bock drauf. Zumal du das ja auch zu dritt, also das konnten wir nicht konfirmen. Ja, also es gibt drei Charaktere und es würde mich wundern, wenn das jetzt nicht funktionieren sollte. Es ist schon eigentlich ganz nett. Und gerade wenn man das mit mehreren spielt, ich hab richtig Bock drauf. Ich hab Bock auch das mit dir zusammen zu spielen. Oh, das ist schön. Da freu ich mich drauf. Ja, cool. Aber das war's zu Trials of Mana. Ich bin Happy. Wie geht's hier weiter? Ich bin jetzt auch noch sehr aufgeregt. Ich seh nämlich noch mehr hotte Anime-Boys. Mit Trant. Dragon Ball. Und ich weiß gar nicht, was es noch alles gibt. Du siehst Trant? Ich sehe Trant. Das ist ja krass. Ja. Ja, hier ist Trant. In der Anime-Corner von Bananamco. Und wir spielen hier Dragon Ball Z. Denn Markus ist auch dabei. Ohne dich könnte ich es nicht machen. Hallo Markus. Dragon Ball Z Kackarott heißt das. Dragon Ball Z Kackarott. Und das ist ein Action-Rollenspiel, das sich an der Handlung der Dragon Ball Z TV-Serie orientiert. Was man auf jeden Fall sagen kann, der Look des Animes wurde gut getroffen. Vor allem die Kämpfe knallen grafisch gut rein. Wuchtige Animationen und fette Effekte lassen jedem Fan das Herz höher schlagen. Aber ob das Ding spielerisch was taugt, ist noch mal ne andere Frage. Ja, die Kämpfe. Ja, es ist halt so ne seltsame Mischung aus Action. Ich hämmer Tasten und schieß ganz viele Projektile. Und ich halt die Zeit an und schieß meinen Kamehameha. Also es ist ungewohnt. Ich hatte das noch nie in einem Dragon Ball Spiel. Ich bin zwar schnell reingekommen, aber es ist halt so viel Effekt überall. Explosionen, Zahlen. Es ist schon sehr überfordernd. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass es viel Sinn macht. Also es hat schon Sinn, aber dass ich jetzt schön gezielt mal einen Angriff vornehmen kann, es war schon sehr chaotisch. Aber es waren auch nur 10 Minuten. Die Spielwelt wirft ebenfalls Fragen auf. Die wirkt nämlich verdammt groß und verdammt leer. Schwer zu sagen, ob's Bock machen wird, diese Einöde zu erkunden. Ich bin einmal rumgeflogen, es war schon sehr leer. Und er ist sehr hoch geflogen und hat sehr lang gebraucht, um wieder zu landen. Ich habe versucht gegen so einen Drachen zu kämpfen. Dragon Ball hat Drachen und Dinosaurier? Nö, da fliegst du durch. Direkt durch, durch den. Und dann kommen Zufallskämpfe gegen irgendwelche Roboter. Also und lahme Nebenquests. Ich muss den Stein verkaufen für so einen Dörfler. Ich glaube, ich habe da nicht viel Hoffnung, dass da noch mehr kommt, aber zumindest kommen Charaktere aus dem Dragon Ball Universum vor, die man schon länger nicht mehr gesehen hat. Das fand ich ganz nett, aber es scheint eher so Standard-Kost zu sein. Von A nach B gehen, hier und da mal quatschen und ein bisschen campen. Hm, ja, weiß nicht mehr. Wir werden sehen. So richtig überzeugt waren wir nicht. Gleiches gilt auch für das Spiel, das ich gespielt habe. One Piece Pirate Warriors 4. Sieht geil aus, wirkt aber auch ein bisschen anspruchslos. Es ist halt wie alle Warriors-Spiele irgendwie. Du hast ein bisschen Landschaft mit Wegen, ganz viele Gegner. Und die muss ich halt wegboxen. Das habe ich jetzt in dem Fall mit Ruffy gemacht. Es gab stinknormale Kombos, wie man sie aus den Warriors-Spielen kennt. Ganz viel Quadrat drücken und am Ende Dreieck. Dann gab es auch noch ein paar Special-Moves, die waren sehr lustig anzusehen, zum Beispiel mit Daumen aufblasen, ganz fett werden. Hier habe ich noch einen Spezial-Move, den mache ich auch gleich mal einfach. Und ich habe da einen kleinen Bosskampf gespielt gegen Big Mom. Und das Ganze hat dementsprechend auch in so einer Süßigkeitenwelt gespielt. Und was auch neu sein soll ist, dass man bei der Prügelei auch die Umgebung so ein bisschen zerlegen kann. Das ist mir da jetzt aber nicht aufgefallen, aber das haben wir in einem Trailer gesehen. Ey, was soll ich sagen? Es ist ein Warriors-Spiel, wo man alles wegwämpft. Das sah sehr lustig aus, war unterhaltsam, aber auch völlig chaotisch. Man erkennt wahrscheinlich selbst auf dem Gameplay-Footage nicht viel. Weil das alles einfach ein Unfall ist. Ja, gut. Hauptsache draufkloppen. Was machst du jetzt? Ähm, und jetzt gehe ich nochmal zu GRID. Das wird das nächste Thema. Geil. Und da bin ich auch schon. Und nicht nur ich, auch der Valentin. Hallo Valentin. Hallo. Valentin, ganz kurz, was erwartest du dir von GRID? Auf jeden Fall eine geile Kampagne. GRID 1 hat auf jeden Fall, finde ich, die beste Kampagne. Ich hoffe, dass das wieder mehr so in die Richtung geht. Okay, ich denke, das werden wir jetzt rausfinden, denn wir spielen das jetzt. Mhm. Komm, wir gehen. Erst Race Driver GRID, dann GRID 2, dann GRID Autosport und jetzt nur noch GRID. Codemasters hat echt ein komisches Petite-Look-System. Wie auch immer, GRID ist der vierte Teil einer Serie, in der hauptsächlich mit Tourenwagen und GT-Fahrzeugen auf realistischen Strecken gefahren wird und die seit jeher auf eine Mischung aus Simulation und Zugänglichkeit setzt. Für den neuesten Teil wollten die Entwickler aber mehr Dramatik in den Rennsport bringen und dachten sich zu diesem Zweck ein paar Kniffe für die Gegner-KI aus. Einer davon ist das Nemesis-System. Das war ganz cool. Ja, also das ist ja so, dass quasi, wenn du ein bisschen Mist baust und jemanden anrempelst im Rennen, dann wird der sauer und die KI reagiert entsprechend drauf. Der will dann auch dich überholen, der kämpft richtig hart. Das fand ich irgendwie, klang nach einem ganz coolen Feature. Ja, total. Ich hatte auch ein Rennen, wo das wirklich so war, dass ich hinten reingedonnert bin. Und dann ploppt da so auf, so irgendwie, bla bla, Takahashi ist jetzt dein Nemesis und im Rückspiegel hab ich richtig gesehen, wie der beißt. Weißt du? Ach krass, ja. Ich hab auch die Einblendung bei mir gesehen, aber ich hab da nicht bemerkt sozusagen, was das jetzt für einen Impact hat. Und was ist mit dem Karrieremodus? Naja, der wirkt recht klassisch. Ist halt ein Raster, aus dem man sich die Rennklasse und ein dazugehöriges Event aussucht. Nicht verkehrt, aber auch nicht aufregend. Das finde ich so eigentlich die langweiligste und uninspirierteste Weise, so eine Karriere darzustellen. Was ich jetzt natürlich nicht weiß, ist, wie sie sich dann letztendlich durchspielt. Das kann natürlich trotzdem cool sein, aber so von der Aufmachung mochte ich das gerade bei den Codemasters-Spielen früher. Die haben ja viel so mit einem Sprecher gearbeitet, der irgendwie alles kommentiert hat, was du im Menü gemacht hast. I've invested a lot in you. Don't let me down. Genau, und auch keine Cutscenes, also sowas wie eine Story soll es da nicht geben. Ich glaube, das hat es in der Grid-Serie auch hin und wieder mal gegeben. Diesmal nicht. Also ich finde, bisher sieht es alles sehr klassisch aus, aber das soll jetzt nicht negativ klingen, weil ich fand, das Spiel war sehr hübsch. Das lief flüssig. Auf der Xbox One X haben was gespielt. Es spielte sich gut, es sind unheimlich viele Strecken drin, halt auch viele Echt-Weltstrecken oder Real-World-Strecken, die man dann wiedererkennen kann. Autografik war geil, also die Karten haben super ausgesehen. Also ich glaube, wenn man jetzt ein Rennspiel sucht, was jetzt nicht irgendwie so krass auf Tuning-Kram setzt und bling-bling, aber auch keine Hardcore-Simulation, sondern was dazwischen, dann würde ich sagen, ist Grid die beste Wahl. Das denke ich auch, ja. Und jetzt geht's weiter mit ganz vielen geilen Indie-Games. So, weiter geht's jetzt zum Devolverland, aber nicht alleine. Ich habe mir Verstärkung geholt. Yes. Hi, Sarah. Hi, Sebastian. Hast du ein bisschen Bock? Ja. Richtig motiviert? Ganz, ganz dringend da rein. Ja, jetzt sitzen wir hier ganz muckelig in der Ecke von Carrion. Carrion ist ein Reverse-Horrorspiel. Ich würde mal sagen, du fängst jetzt einfach mal an. Uns wurde gesagt, irgendwann kommt der Entwickler noch dazu. Solange das nicht der Fall ist, tue ich einfach so, als hätte ich richtig viel Ahnung von diesem Spiel. So. Ah, da kommt er. Siehst du wohl. Da ist er ja schon. So, erzähl uns über Carrion. Was ist jetzt passiert? Du bist dieses alien, amorphous-Being. Und die Wissenschaftler machen Erfahrungen mit dir und was nicht. Jetzt ist dein Ziel, zu escapen. Und dann f*** dich auf. Das ist was Monsters machen. Ich durfte das sein, was ich schon lang mal sein wollte. Und zwar ein richtig krasses, cooles Tentakelmonster. War's denn gut? Ich konnte ja nur zugucken. Ja, es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Es war manchmal ein bisschen schwammig, was dieses Greifen angeht. Genau, das wollte ich nämlich wissen, weil das sah immer so chaotisch aus. Du hattest immer irgendwelche anderen Dinge in der Tentakel, als das, was du eigentlich in der Tentakel hättest haben sollen. Was kann Sarah als Tentakel-Monsters machen? Ähm, Sarah kann zum Beispiel diesen Mann holen. Oh, okay. Ich kann ihn holen? Ja. Du kannst ihn holen. Du kannst alles holen. Sie ist nicht sehr erfolgreich als Tentakel-Monsters. Okay, jetzt. Und du siehst diesen Mann. Ich war mir auch so ein bisschen unsicher, weil er hatte gesagt, dass man die Menschen essen muss, um stärker zu werden. Das klingt komisch, aber ich habe sie teilweise nur halb gegessen und es lagen noch Teile rum. Und ich bin mir ein bisschen unsicher, ob ich die alle hätte nehmen müssen, damit es quasi gilt und man stärker wird. Man hat nicht so ganz das Feedback. Wir nehmen definitiv viele Design-Cues aus Metroidvanias. Will es mehr erfolgreich sein als Fortnite? Ja, natürlich. Aber wenn ich das jetzt so höre, dann bist du noch nicht vollkommen euphorisch und denkst, oh, das krasseste Spiel jemals, sondern eher so, ja, könnte. Genau, es könnte. Und du willst eigentlich nur noch weiter Menschen töten und zerfressen und zerfleischen? Ich habe überhaupt gar keine Angst. So, ihr könnt Evo spielen. Es ist ein Party-Game. Jedes Charakter hat nur zwei Arme. Und ihr kontrolliert die Arme und ihr könnt sie holen. Und ihr müsst kooperieren, denn ihr müsst das Ende zusammen erreichen. Gut, dass Kommunikation voll unsere Stärke ist. Warte, warte, warte. Nein, der... Okay, du musst den anderen. Die ersten Versuche waren deshalb nicht so erfolgreich. Ein bisschen Spaß gemacht, hat es aber trotzdem. Das ist ja so ein Spiel, wo alles absichtlich schieflaufen muss. Ja? Und ich sag mal, das hat's geschafft. Du meinst wie diese Moderation? Ja. Okay. Okay, wollen wir weitergehen? Kann uns bitte jemand hier jetzt rausholen, das wär super. Okay. So, jetzt dürfen wir Fall Guys spielen, beziehungsweise in diesem Fall vielmehr Sarah und Matthias, der da sitzt. Er ist unser Feind. So, tell us, what are we going to do with the Fall Guys now? So, Takeshi's Castle, that was our big frame of reference when we started making this game. We sat around watching Gameshows and thought, oh my God, why has no one ever made a game that makes you feel like Takeshi's Castle? In den drei Challenges der kurzen Demo müssen mal Tore mit dem Gesicht weggewamst, mal klassische Hinderniskurse überwunden oder Mario Kart-mäßige Ballonspielchen bestritten werden. Das alles mit anfänglich 99 Gegenspielern, bis zum Schluss nur noch ein Champion übrig bleibt. Wie heißt eigentlich Matthias? Äh, Matthias ist Hammy. Hammy, okay. Hammy ist nah dran. Oh, okay. Ah, okay. Run, 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 run. Getting close. Woah! Ah, no! Okay. Jump! Ah, no! Oh, no! Matthias hat es. Matthias hat es gemacht. Ah, not bad, not bad. Okay. I don't like him very much. I challenge you for the crown. I got nothing to prove. I will get this crown. Yeah. I will get it. I hope so. I will, I will get it. Yes. Das Bessere ist mir nicht eingefallen. Okay, Hammy, Hammy ist der Feind. Aus dem Weg, Hammy! Rechts, rechts. Ah! Sehr gut. Tschüss Hammy! Freihändig. Ah, guck mal, wie er sich da hinten abstrisst. اح. Sarah, wie erfolgreich waren wir? Ja, wenn man es so anguckt, ist Sebastian, glaube ich, sehr erfolgreich gewesen. Aber mir hat es zuvor geil auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, ich glaube, es hat Potenzial. Das Prinzip ist halt wirklich so simpel und so offensichtlich, dass es seltsam ist, dass es noch kein Entwickler gemacht hat. Es ist halt eine total einfache Spielmischung, aber die klappt halt total gut. Die Frage ist halt, wie viel da drin steckt. Also wir haben jetzt drei quasi Challenges gehabt, die halt alle so eine unterschiedliche Herausforderung hatten. Die Frage ist, wie viel steckt da nachher drin und wie lange kann einen das unterhalten. Ich finde es ein bisschen schade, dass es standardmäßig keinen Splitscreen-Koop gibt. Und ansonsten würde ich sagen, ey, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich bin anscheinend der Beste in Fall Guys. Das würde ich gerade noch einmal sagen und ich bin gespannt. So. Okay, tschüss. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde ein brandneues Gameplay gesehen von Cyberpunk 2077. Und dir gebührt das erste Wort, weil du hast dich ja so unglaublich darauf gefreut. Jetzt immer noch, investigativ gefragt. Also kannst du auch in der Hand behalten, das Mikrofon? Okay. Du kannst auch in die Hand nehmen, wenn du möchtest. Ja, okay. Ja, ich bin noch begeisterter als vorher. Es ist dieselbe Demo, die wir in L.A. schon gesehen haben. Also die Tim und Trant in L.A. gesehen haben bei A3. Und alle Erwartungen übertroffen, würde ich sagen. Und die Welt sieht halt aus wie eine richtig belebte, existierende Welt. Das fand ich so geil. Man läuft da rum, die ist komplett belebt. Die wirkt überhaupt nicht steril, sondern alles bewegt sich. Alle machen irgendwas. Das ist quasi die lebendigste Open World, die ich bis jetzt gesehen habe. Da ist richtig Verkehr auf den Straßen. Und trotzdem ist die Grafik richtig schweinegeil. Auch in den Innenräumen und so weiter ist die Grafik einfach killer für ein Open World Spiel. Das war so mein erstes Ding, das Optische sozusagen. Ja, spielerisch war es jetzt quasi so, dass wir eine Mission gesehen haben. Und immer wieder aus verschiedenen Perspektiven. Also der Schläger oder die Schlägerin und der Hacker haben jeweils Probleme auf andere Weisen gelöst. Das scheint wirklich einen richtigen großen Wert auf das Rollenspielsystem zu legen. Hat man jetzt ja auch mal so ein bisschen gesehen, die verschiedenen Skilltrees. Und die Möglichkeiten, wirklich, deinen Charakter zu so einem absoluten Cyber-Söldner irgendwie zu machen, der dann die Kraft zum Beispiel hat, irgendwelche verschlossenen Türen einfach aufzubiegen. Während wenn du sagst, ich will eher meine Hacker-Skills irgendwie auspacken, dann kannst du irgendwelche, na klar, dann kannst du die Überwachungskamera irgendwie hacken oder alle möglichen Automaten. Das haben wir ja auch wunderbar gesehen. Alles, was irgendwie so automatisch ist, kannst du hacken, um damit Gegner abzulenken oder sogar zu töten. Du kannst das auch frei kombinieren, ob du irgendwie so ein bisschen Rambo und ein bisschen Stealthy sein möchtest. Und das ist schon ganz cool. Also das haben sie eben demonstriert on the fly, wie verschiedene Routen innerhalb dieser Mission, die wir gesehen haben, funktionieren. Genau. Ich fand auch die Gespräche sehr cool. Also du hast ja seit Jahren im Grunde ein ähnliches Dialogsystem in Rollenspielen. Ob es jetzt von BioWare ist oder wie beim Witcher und so weiter. Und die haben es jetzt ein bisschen erweitert, weil es können einfach Dinge passieren während des Gesprächs. Jemand platzt zur Tür rein, sagt irgendwie was und du reagierst dann auf den und unterbrichst das andere Gespräch. Oder du hast ein Gespräch vom Motorrad runter, ohne dass jetzt erst abgestiegen wird und die Kamera wechselt und so weiter. Das ist alles sehr dynamisch und theoretisch triggerst du dann einen anderen Storyfaden, der dann später losgeht oder so. Also die Gespräche wirken sehr dynamisch und auch skillbasiert, weil am Anfang haben sie ja gezeigt, man kann verschiedene Hintergründe haben. Also quasi eine Lebensgeschichte, die hinter einem steht. Die ermöglichen einem nochmal extra Antworten in den Gesprächen. Also zum Beispiel, wenn du Speedkid bist, dann kannst du mit den Gangs jetzt in diesem Ghetto-Viertel, nenne ich es mal, natürlich besonders gut agieren. Und hast immer diese extra Antwort, die dann für mehr Respekt sorgt wahrscheinlich und so. Und das fand ich schon sehr geil. Und was ich auch einfach geil finde, ist, dass man das schon jetzt gespürt hat und das bestätigen die Entwickler ja auch immer wieder, dass Cyberpunk eben nicht so ein konventionelles Massenspiel wird, wo es am Ende dann doch darum geht, der Gute zu sein, die Welt zu retten mit irgendeinem Trick oder indem man den bösen Präsidenten ausschaltet, sondern diese Welt, die ist einfach im Arsch. Und du versuchst da irgendwie zu überleben und mit mal schlechten, noch schlechteren Entscheidungen da irgendwie dich so durchzuwuseln und, glaube ich, wirklich ganz spannende Story zu erleben, in der es aber eben nicht so ganz so simpel darum geht, dass es alles moralisch blitzsauber und der Spieler hat eine weiße Weste und ah, nene, das ist schon alles abgefuckte Scheiße für Erwachsene. Man hat kein großes Mitleid, die Leute haben kein Mitleid mit einem selbst und so ist das alles auch angelegt. Genau, diese Welt, die ist irgendwie rund, ne? Dass das wirkt, als ob das alles gut aufeinander abgestimmt ist. Also das wird echt ein, das wird ein ziemliches Monster. Ich bin super gespannt, aber jetzt ist natürlich so der entscheidende nächste Schritt. Wir wollen irgendwie mal endlich mal selber Hand anlegen, weil das ist ja doch die Frage, wie die Steuerung, Gunplay und so weiter. Aber ich meine, die wissen ja schon, was sie tun. In diesem Sinne auf ein hoffentlich gelungenes Spiel. Kann echt nicht wahr sein, hier im hinterletzten Winkel, weggesperrt wie so ein ungeliebtes Kind, findet sich plötzlich Hollow Knight Silksong am Nintendo-Stand für die Switch spielbar. Und auch nur garantiert auf einer Anspielstation und man sagt, man hat mit dem Andrang nicht gerechnet. Und ab hier wartet man zweieinhalb Stunden. Matthias, fragst du mal, ob die mich vielleicht vorlassen? Dafür haben wir so viel Personal, ne? Ja, Matthias, ja? Der traut sich was, ne? Nein. Ja. Lässt dir nichts machen. Lässt dir nichts machen. Matthias hat alles versucht. Komm mal, komm mal ran, Hannes hier. Ich beschreib das mal. So. Wir stellen uns einfach vor, dass da jetzt ganz fantastische Musik läuft gerade, zum Beispiel so. Aber jetzt wisst ihr auch, warum wir euch über Hollow Knight nicht mehr zeigen können, als diesen fantastischen Stand. Aber Nintendo, ne? Beim nächsten Mal. Ein Stand. Ist doch nicht bei armen Leuten. Genug ihr Indie-Scheißer. Jetzt wird geballert. Und zwar im Ghost-War-Modus vom kommenden Ghost Recon Breakpoint. Im Prinzip ist das ein stinknormales Team-Deathmatch, in dem sich zwei Vierer-Teams behaken. Oben drauf gibt's die typischen Shooter-Klassen, die Spezialfähigkeiten und Waffen mit sich bringen. Sniper, Medic und so weiter. War jetzt alles nicht besonders originell, aber irgendwie hatte ich Spaß. Möglicherweise, weil mein Team seine Feinde in sämtlichen Runden übelst zerstört hat. Ich bin ja auch in Team Alpha. Kein Wunder also. Bist du zufrieden mit ihm als Teammate? Ja, war in Ordnung, ne? Ich weiß zwar nicht, welcher er war, aber... Ich war der krasse Typ auf dem Kran. Meine Siegertaktik, Dauercampen und alles wegsnipern. Und jeden Idioten, der seine gefallenen Freunde wiederbeleben will, ebenfalls wegsnipern. Im Grunde, ich warte auf Freundschaft, um dich beenden kann. Nach diesem schrecklich einseitigen Gemetzel zeigte ich mich zumindest als fairer Gewinner. Ach, tja, das wird wohl nix, ne? Da gegenüber. Die beiden Maps waren übrigens eher klein und schrumpften zudem im Laufe der Zeit. Ein Hauch von Battle Royale also. Und man konnte Gadgets wie eine Drohne finden, mit der man Gegner taggen kann. Die fieseste Waffe ist jedoch ein hackbares Surveillance-System auf der Map, wodurch alle Gegner zugleich aufgedeckt werden. Dadurch kam viel Bewegung ins Spiel und meine anfangs erfolgreiche Dauercamperei war ruckzuck nicht mehr möglich. Also, insgesamt reißt der PvP-Modus kreativ keine Bäume aus, macht aber Bock. Wie gesagt, solange man gewinnt, ist natürlich geil. Äh, finde ich ein gutes Spiel. Kriegt eine super Wertung von mir. Approved. Wir haben jetzt einen Termin, um uns Predator Hunting Grounds anzugucken. Allerdings dürfen wir da die Kamera nicht mitnehmen, deswegen bleibt ihr jetzt da draußen und wir gehen da jetzt rein. Bist du ein Predator-Fan? Nö. Okay. Okay, Voto, Timing here is crucial. Das Spiel ist im Grunde ein, wir laufen durch den Dschungel als vier Marines, killen ein paar NPCs und währenddessen werden wir vom Predator gejagt. Der Predator ist natürlich absolut übermächtig, aus spielerischer Sicht übermächtig, aber das ist auch das Konzept. Aber in unserem Fall war, glaube ich, ein Tick zu übermächtig. Es gab keine Runde, wo mal irgendwie die Söldner Sonne gesehen haben. Ich habe mich auch noch ein bisschen mit dem Menschen unterhalten, der da neben mir saß und das uns erklärt hat. Und der meinte zum Beispiel, dass man den Predator dann auch noch durch verschiedene andere Möglichkeiten killen kann. Zum Beispiel, indem man ihn halt in eine Gegend lockt, wo viele NPCs sind, die dann automatisch auch auf den ballern werden. Also wenn man alleine gegen den Predator kämpft, hat man keine Chance, definitiv nicht. Aber ich glaube, wenn man sich abspricht, kriegt man zusammen den Predator schon mal kaputt. Das hatten wir jetzt halt nicht. Also für mich war es ein bisschen Evolve in, ehrlich gesagt, einen Zacken schlechter. Weil Evolve hat auch ewig gebraucht, um sich auszubalancen und sah dabei noch deutlich besser aus am Ende. Also das Ding war hier eher so ein zuckeliges, mittelmäßiges Ding mit Predator-Lizenz, die deutlich mehr könnte, finde ich. Weil das war auch nur dieser eine Spielmodus. Ich habe nachgefragt, es wird wahrscheinlich nur diesen einen Spielmodus geben. Und naja, ich weiß nicht, ob das nach Dauer trägt. I doubt it. Naja, auf jeden Fall, was man sagen kann, ist, wenn man der Predator ist und sie alle wie Schlachtvieh aufspießt und irgendwo an die Wand hängt und in die Webelsäulen rausreißt, dann kommt durchaus ein bisschen Freude auf. Insofern Spaß macht das Ding bestimmt auf irgendeine Weise. Aber wir müssen abwarten, weil super pre, super pre-alpha. Ja, genau. Wir haben einfach noch zu wenig dafür gesehen und deswegen war es recht schnell recht öde. Okay, weiter geht's zu Person X. Person X heißt in diesem Fall Sebastian. Und weil ich super viel kleinen Kram gesehen habe, kommt jetzt der Spiele-Turboticker. Und der beginnt mit Kunai. Das ist ein Metroidvania, das unter der Masse an aktuellen Metroidvanias leider kaum heraussticht. Es ist nur so ein Metroidvane-naja. Und zumindest hat der Hauptcharakter aber putzige Gesichtsausdrücke drauf. Koop-Dungeon-Brawler Young Souls hat eigentlich einen guten Eindruck gemacht. Neben kooperativer Kloppe und Rollenspiegelöt ist vor allen Dingen der spielbare Alltag in einer verschlafenen Kleinstadt interessant und erinnert entfernt an Persona. Schade aber, dass die Entwickler das Ding so schnarchig präsentiert und uns nur gefühlte Sekunden haben selber spielen lassen. Da blieb als Ersteindruck wenig hängen. In Windjammers 2 schmettert ihr euch gleißende Frisbees um den Kopf. Das Spielprinzip ist zeitlos, easy to learn, aber wenn ihr Profis zeigen, wie man's richtig spielt, auch beeindruckend hard to master. Und genau das Richtige für eine schnelle, spaßige Anzock-Session während der Gamescom. Mit Streets of Rage 4 bekommt die seit 1994 ruhende Sidescroll-Beat-em-Up-Serie eine Fortsetzung. In Sachen Artstyle und Animation ist's ein fucking Kunstwerk. Spielerisch wiederum ein klein wenig behäbig und altbacken. Zu zweit Gangster-Zocks Küchenmesser an die Köpfe zu ballern, ist aber trotzdem irgendwie spaßig. Wolltet ihr schon immer mal die Menschheit vernichten? Dann könnt ihr dies nun als außerirdischer Invasor in Destroy All Humans tun. Das Remake des Klassikers aus dem Jahre 2005 behält seine Geschichte, Sprecher, Musik und Missionen bei. Die größten Änderungen sind natürlich eine hübschere Grafik, aber auch die Steuerung und Kleinigkeiten des Missionsdesigns wurden an moderne Standards angepasst. Das Spiel ist nicht besonders herausfordernd, Bock hat's aber trotzdem gemacht, da es sehr viel zerstörbare Umgebung gab. Und das ist doch eigentlich immer geil. Und bevor ich's vergesse, ich soll euch noch was von Sarah, Valentin und Chris ausrichten. Die hat nämlich Circuit Superstars gespielt. Das ist ein ziemlich spaßiger Mix aus arcadigem Micro Machines Feeling, kombiniert mit einer unerwartet großen Portion Realismus. Man muss Boxenstops machen, Schaden- und Reifenverschleiß machen sich bemerkbar und Items gibt's auch nicht. Das ist für einen Funracer ungewohnt, bremst den Spaß aber keinesfalls. Puh, ja, das war eine ganze Menge. Kommen wir zu was ruhigeren. Ich glaube, Matthias hat da was. Und für wen das immer noch nicht genug Strategie war bei dieser Gamescom, da habe ich noch ein letztes schönes Ding für euch ausgegraben, nämlich die Siedler. Ja, das war ja letztes Jahr schon auf der Gamescom. Dieses Jahr soll's ein bisschen neue Informationen geben und ich schau mir mal an, was es da so gibt. Und da gibt's so einiges. Nicht nur neue Informationen, sondern endlich auch eine spielbare Version. Die bringt schon jetzt alles zusammen, was zu einem ordentlichen Siedlerspiel dazugehört. Gebäude errichten, Rohstoffe abbauen, Land erweitern, Militär trainieren und das Ganze wieder von vorne. Eben der ewige Kreislauf eines guten Siedlerabenteuers. Und in der neuen Auflage sieht das so gut aus wie noch nie. Es hat einen unglaublichen Detailgrad, wunderschön anzuschauen. Die kleinen Siedler, alle Figuren sind einzeln, haben ihre eigene kleine Persönlichkeit. Es gibt viele Details, die bei jeder Figur anders sind. Die haben alle ihre Gemeinsamkeiten. Die Träger tragen alle weiß, damit man sie unterscheiden kann. Und die Arbeiter tragen alle ihre eigenen Klamotten. Man kann sie auf den ersten Blick erkennen, aber trotzdem unterscheiden sich alle einzelnen Figuren. Das heißt, jeder hat seine eigene Frisur, jeder hat seine eigene Haarfarbe, jeder hat sein eigenes Gesicht. Alles sehr individuell und wunderschön. Besonders stolz ist Entwickler Blue Byte auf die Kleinteiligkeit der Spielwelt. Jede einzelne Spielfigur und jeder einzelne Rohstoff sind irgendwo auf der Karte zu finden und nicht bloße Statistik. Wenn also der Rohstoffcounter in der Ecke 149 zeigt, könnt ihr pausieren und werdet alle 149 Holzstämme irgendwo in eurer Siedlung finden. Genauso detailverliebt wie die Grafik fällt auch das Micromanagement aus. Es gibt nämlich unzählige kleine Stellschrauben, mit denen ihr eure Siedlung verwalten könnt. Jede Aufgabe, die dem buseligen Kleinfolk gestellt wird, kann priorisiert oder angepasst werden. Zudem gibt es einige Möglichkeiten, Arbeitsabläufe zu optimieren oder langfristig zu planen. Außerdem darf fast jedes Gebäude in mehreren Stufen gebaut und aufgewertet werden. Taktik-Fans kommen beim Besiedeln also voll auf ihre Kosten. Ganz ähnlich sieht es beim Militär aus. Ihr bildet Soldaten einzeln an Bogen, Keule, Schwert und anderem Kriegswerkzeug aus und befehligt so nach und nach immer größere Armeen. Und die können bis zu 1000 Einheiten stark sein. Ansonsten gibt es auch diesen Glory-Sieg, den haben sie auch letztes Jahr schon angeteased, wo man seinen Helden trainiert und in Turnieren dann die gegnerischen Siedlungen von seiner Partei überzeugen kann und so langsam die gegnerischen Bereiche übernimmt. Das dauert im Vergleich zum Militär etwas länger, haben sie gesagt, aber dafür kann man dann seine Rohstoffe behalten, die man bei militärischem Angriff komplett roden würde. Es gibt anscheinend noch, soll es noch einen dritten Weg geben zu gewinnen. Sie nennen das Ganze den Faith-Sieg. Wie das genau aussieht, wie das nachher zusammenhängt, das wird sich dann wohl beim Release erst zeigen. Ansonsten gibt es noch verschiedene Areas. Es gibt nicht mehr nur die grünen Graslandschaften, sondern gibt es auch noch einen Wüstenbereich, den sie gezeigt haben, wo dann mal Palmen wachsen, wo generell mehr Land ist, dafür ein bisschen weniger Ressourcen. Es wird noch einen dritten Bereich geben, zu dem sie sich auch noch nicht geäußert haben. Da können wir noch überrascht sein. Ich meine, nach Wiese und Wüste vielleicht noch irgendwas Eisiges. Ohi, 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 Eis, Eis, Eis! Was man aber immerhin schon weiß, ist, dass es neben einer Solo-Kampagne auch Multiplayer- und Sandbox-Modi geben wird. Für letztere setzen die Macher komplett auf prozedural generierte Karten. Dadurch soll jede Runde neu und einzigartig sein. Klingt ja beinahe nach unendlichem Strategiespaß. Sehr, sehr kluge Neuerungen, die ich da so gesehen habe. Spricht also alles dafür, dass sie da schon in die richtige Richtung gehen. Es ist immer noch eine Alpha. Da muss noch ein bisschen Arbeit reingesteckt werden. Aber es sieht alles schon sehr, sehr gut aus. Und ich habe richtig Bock, das Ding dann leider erst nächstes Jahr zu spielen. Aber, Halleluja, ich werde da wahrscheinlich sehr viele Stunden reinbuttern. Aber was soll ich sagen, ich alter Strategie-Freak. Wie vor 30 Jahren, der kleine Colin in der Pommesbude. Ja, Retro-Spiele, Retro-Konsolen, das ist längst kein Trend mehr. Das ist echt etwas, was ein fester Bestandteil ist der modernen Spieleszene. Und dass das Ganze eben nicht nur mit Miniatur-Konsolen schon zum Ende gekommen ist, das sieht man zum Beispiel hier an diesem Stand. Hier gibt es einen Hersteller, der baut Arcade-Automaten nach. Der komplette Bausatz für einen Arcade-Automaten, der befindet sich in diesem Karton. Und den kann man entweder, das sieht man hier ganz gut, in so einer Größe für Kinder haben. Oder man kann das Ganze auch noch updaten, indem man so einen Unterbau dazu kauft. Und das Ganze ist tatsächlich sehr authentisch. Das ist mit lizenzierten Decals. Da sind hier Originalspiele drin. Zum Beispiel diverse Streetfighter-Teile. Oder hier mein persönlicher Favorit, so diverse Prügel- und Ballerspiele von Capcom. Ey, hier bin ich scheiß auf Joypad und Analogsticks. So macht das Spaß. Du emmerst da drauf, als ob es kein Morgen gibt. Bäm, und alles geht kaputt. Das ist auch kein Spaß. Das macht mir Freude. Also die Spielhalle, die zu dir nach Hause kommt, für 500 Euro, ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Ist nicht ganz billig. Und wenn die dann vielleicht irgendwann doch noch mal Scanlines ins Retro-Erlebnis packen würden, dann wäre das richtig fantastisch. Komm mal ran hier. Es ist Bossgegnerzeit. Schnell hier. Nur schießen und Superwaffe. Das war meine Superwaffe. Hammer. Sehr gut. Pazifik ist befriedet, würde ich sagen. Und ist geil? Geil. Bestes Spiel. Bestes Spiel, sagt er. Und er muss wissen. Ich habe auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck von Bloodlines. Und das, obwohl wir wieder die gleiche Quest, wie schon auf der E3 gesehen haben. Oder vielleicht sogar gerade deswegen? Denn dadurch habe ich einen guten Einblick darüber bekommen, wie unterschiedlich die Quests in Bloodlines verlaufen können. Gehen wir die Dialogweichen der Mission mal durch. Diese seriös gekleidete Dame hier möchte von uns, dass wir einen Typen namens Slug finden und diesem einige Informationen entlocken. Nach ein bisschen Rumgerinne, draufgekloppe und drübergekletter finden wir den gesuchten Slug in einer ranzigen Ecke des virtuellen Seattle. Das nun folgende Gespräch mit ihm kann sehr unterschiedlich ausgehen, je nachdem, welche Charisma-Fähigkeiten wir mitbringen oder für welche Dialogoptionen wir uns entscheiden. Weg A. Hier machen wir im Gespräch den Fehler, ihn nicht nach seinem Namen zu fragen und im Satz danach diesen aber zu erwähnen. Funny. I don't remember telling you my name. Das verrät ihm natürlich, dass uns irgendwer geschickt haben muss. Blöd gelaufen. Denn jetzt ruft er seine Freunde, um uns verkloppen zu lassen. Natürlich polieren wir denen die Fresse ordentlich. Anschließend exekutieren wir den guten Slug. An die benötigten Informationen sind wir auf diesem Weg nicht gekommen. Weg B. Diesmal fragen wir, wir suchen nach einem Typen namens Slug. Na ahne, wo er ist? Natürlich die smartere Antwort. Nun lassen wir uns als offensichtlich bonziger Vampir auf den Deal Geld gegen Infos ein. Das Gespräch geht noch eine Weile und am Ende ist Slug gefühlt unser bester Freund. Weg C. Widerschlägerei mit Slug und seinen Freunden. Diesmal aber die Liebe-Variante ohne abschließendes Köpfen. Danke. In allen drei Wegen gehen wir nun zu unserer professionell wirkenden Auftraggeberin zurück, um ihr unsere Erkenntnisse zu berichten. Hast du mit Slug mit Slug? Ausgang Weg A. Hier können wir nun eigentlich nur zugeben, dass wir Slug gekillt haben und uns damit aber auch die Informationsbeschaffung nicht gelungen ist. Sie und Ihre Fraktion sind sehr unzufrieden. Sprich, wir haben es uns möglicherweise mit denen verscherzt. Ausgang Weg B. Wir haben zwar die Information bekommen, entscheiden uns aber dafür, aus Sympathie für unseren neuen Freund, zu lügen. Sie und Ihre Fraktion sind nicht happy. Ausgang Weg C. Wir haben die Information bekommen und überreichen sie der Auftraggeberin. Sie und Ihre Fraktion finden das selbstverständlich ganz geil. Sie haben heute Abend den Paramedic-Grade-Service gemacht. So, jetzt habt ihr drei verschiedene Wege gesehen, wie die Mission ausgehen kann. In der Gamescom-Präsentation ist die Mission sogar noch mal ganz anders ausgegangen. Und der Vielfalt der Dialogoptionen nach zu urteilen, gibt es noch viel mehr Weichen, auf denen ihr anders abbiegen könnt. Doch wie viele unterschiedliche Wege gibt es wirklich? Ganz ehrlich, ich habe mich nie hingesetzt und gezählt, was ich nach diesem Takt bereue, weil ich die Frage ein paar Mal gestellt bekommen habe. Den Fokus hat das Team sehr stark auf die Momente gelegt, wo wir tatsächlich mit Charakteren interagieren können, wo die Interaktion mit Charakteren ernsthaft unterschiedliche Lösungen zu den gleichen Problemen führen können. Also der Gedanke ist, im Dialog im Endeffekt das Gleiche herzukriegen, was man in anderen Spielen durch die Entscheidung, ob man jetzt durch das Dach oder durch den Keller in die Szene einsteigen bekommen würde. Ich habe auf jeden Fall einen echt guten Eindruck von Bloodlines. Allerdings ist das Game noch nicht so wirklich polished. Also wir haben einige Glitches noch gesehen, Frame-Einbrüche. Ich persönlich könnte mir noch knackigere Texturen vorstellen, wobei der wird wahrscheinlich bis Anfang nächsten Jahres, wenn es released werden soll, nicht mehr viel passieren. Das Kampfsystem könnte man auch noch mal ran, weil ja, das hat sich noch nicht fertig angefühlt irgendwie. Aber da sind die auch noch gerade am Werkeln. hat der Entwickler uns verraten. Deswegen, da kann noch einiges passieren und ich hoffe, das wird es auch. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 war definitiv eins meiner Messe-Highlights. Aber was war denn nun das offiziell beste der Messe? Kommen wir also nun zu den renommierten jährlichen Game2 Gamescom Awards. Rogi, let's go! Unterhund, der Geheimtipp der Game2-Redaktion. Unser erster nominierter Eternal Cylinder ist ziemlich abgespaced und hinterlässt uns irgendwie, sagen wir, positiv verwirrt. Nein, wir wissen auch noch nicht, worum's genau geht, haben aber auf jeden Fall jetzt schon Bock auf die abgedrehte Planetenerkundung. In Heavenly Bodies seid ihr ebenfalls im Weltraum unterwegs. Und das sogar schwerelos. Der besondere Clou dabei, ihr steuert nur die Arme und Beine der Kosmonauten. Und das sieht nicht nur aberwitzig aus, sondern macht auch noch richtig Laune. Getoppt wird das nur noch von Hifo, dem Couch-Koop-Rätselknoll, bei dem ihr euch gegenseitig durch quietschbunte Hindernisparcours schleudern müsst. Jetzt würden wir natürlich gerne das Entwicklertrio Le Cartel Studio persönlich auszeichnen. Aber das hätten wir mal besser nicht am letzten Tag der Messe gemacht. Ja, wie man sieht, ist hier gar nicht mehr so viel los. Aber ich wollte doch den Preis für die Kategorie Unterhund vergeben, nämlich an die Kollegen und Spieleentwickler von Hifo. Aber hier ist nichts am Start. Deshalb gibt es jetzt eine Videobotschaft. Natürlich habe ich aber noch einen Aufkleber und den werde ich liebevoll hier platzieren. Klischee-Keule. Das haben wir doch schon tausendmal gesehen. Los geht's mit der Pathos-Vollbedienung Ghost Recon Breakpoint. Mit solider Gut-Böse-Trennung Marke Tom Clancy. Ebenfalls nominiert ist Gears of War 5. Oder halt nein, nur Gears 5 klingt irgendwie hipper. Mit an Bord ist aber nach wie vor die wandelnde Actionfigur Marcus Fenix und seine coole Sprüche klopfende Steroid-Truppe. Die kämpft diesmal an der Seite der Hauptfigur Kate Diaz, die auch schon aus den Vorgängerteilen bekannt ist. Dem Stereotypen Standardkäse setzt allerdings ein Spiel die Krone auf. Need for Speed Heat. Die mittlerweile 24. Ausgabe der Rennspielreihe setzt mehr denn je auf Altbekanntes. Heiße Reifen, geile Dialoge, fette Grafik, coole Rennen, Action noch noch nöcher. Natürlich geht der Preis-Klischee-Keule an. Need for Speed Heat. Congratulations. This is your prize. The Game 2 Award of the Category Stereotype. Are you happy? Yes I am. Awesome. So, and we pimped your boobs with our Sticker. Stereotype. Yeah. And... Here we go. Awesome. Jawohl, hab ich Bock drauf. Unser Spiel der Messe. Death Stranding. Kaum ein Spiel zeigt sich nach dieser Gamescoun immer noch so mysteriös und unnüchtschaubar wie Kojimas. Na was eigentlich Spiel? Nein, auch wir wissen nicht, ob's garantiert geil wird. Haben aber eben Bock drauf. Die Langzeitentwicklung Cyberpunk 2077 reift wie guter Wein und hat ihren Platz in der Riege der Hochkaräter weiterhin verdient. Nur leider gab's quasi nichts, was wir nicht schon auf der E3 gesehen hätten. Das reicht uns nicht. Das Remake von Final Fantasy VII war hingegen endlich öffentlich anspielbar und hat uns auf allen Ebenen begeistert. Punkt. Der ist für euch. Super, wir freuen uns. Ja. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Habt ihr damit gerechnet? Nicht wirklich. Ein bisschen zu lang. Aber wir haben natürlich auch Bock drauf. So sieht's aus. Und Achtung, eine Verschönung gibt's noch für euren Stand. Schön, dass du mal nachher hast. Unser Spiel der Messe. Final Fantasy VII Remake. Yes! Erster. Innovativ, einmalig, das gab's noch nie. Unsere erste Nominierung geht an Empire of Sin. Denn die Gangster-Saga vereint unglaublich viele Genres. Und warum das geil ist, hat euch ja schon Valentin verraten. Eternal Cylinder ist ebenfalls ein heißer Kandidat. Die abgedrehte Mischung aus Q-Bert, Zelda, Survival-Spiel, Spore, Kirby und was weiß ich noch, muss sich aber schon wieder geschlagen geben. Und zwar gegen Dreams. Do-it-yourself-Baukästen sind zwar nichts Neues in der Games-Geschichte, derart umfangreich, flexibel, vielseitig und vor allem intuitiv zu bedienen, war aber noch keiner. Dreams, congratulations! You won an award! Thank you very much. Awesome! Are you happy with it? Very, very happy, so thank you so much. The category is named Erster, that means you're the first. We haven't seen such a game before. Thank you. Best innovation. Amazing. Thank you very much. Much appreciated. Okay, and one patch for you. So, this is the official patch. Awesome! Absi-fazi, dieser Style ist supergeil. In Concrete Genie geht es um die Kunst eines kleinen Jungen. Ash zeichnet sich Fantasiefreunde und haucht dabei seiner trostlosen Welt auf wundervolle Weise wieder Leben ein. Manchmal sind aller guten Dinge drei. Aber nicht heute und nicht für Eternal Cylinder. Ja, auch der Artstyle dieses kleinen Oats hat uns umgehauen. Aber auch hier kam uns ein Titel noch stärker vor. Ein Spiel, das einfach jeglichen Grafikstil der Welt beinhaltet. Weil ihr den Stil selbst gestalten könnt. Na, ne Idee, wer es sein könnte? You've won another prize. It's called Azi-fazi. Yeah? Are you happy? Yeah, it's perfect. Thank you so much. Do they fit together sometime? And there's one last thing, you know? You remember the patch? You remember it? Yes? Yes! Yes! Woohoo! Two awards for dreams! Yes! Hingucker! Sieht das fett aus! Need for Speed Heat. Trotz aller Klischees sehen die Straßen, Autos und Wettereffekte einfach spektakulär aus. So macht Arcade-Racing Spaß. Auch Cyberpunk 2077 glänzt mit krasser Optik. Die endzeitliche Open World ist gespickt mit Details und coolen Figuren. Noch besser gefällt uns nur Death Stranding. Vor allem die Gesichtsanimationen sind über jeden Zweifel erhaben. Genau wie das bildschöne Moos. Der Game Two Award in der Kategorie Hingucker, also das bestaussehendste Spiel, geht an! Death Stranding! Come on! Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön! Oh mein Gott! Yes! Wir haben einen Preis gewonnen! So! Und das ist natürlich nur offiziell mit dem Patch, du weißt es ganz genau. Sieht das fett aus! Yes! Wow! Death Stranding! Ich bin raus! So, war es jetzt ja auch mit Gamescom-Berichterstattung, wir verlassen jetzt Köln. Jungs, kommt mal alle ran jetzt hier, wir haben nicht mehr so viel Zeit, wir wollen nach Hause. So, Tim rein, Trant rein, Matthias rein, Sarah rein. Ach Mensch, ja, einfach mal ein bisschen stopfen, wie ich versiffte. Domstadt, einmal im Jahr kann man das haben, Janas, hopp, 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 hopp. Komm Markus, du auch noch hinterher. War ganz fantastisch hier, hat einen riesengroßen Spaß gemacht, so. Mirjam auch rein, muss aber auch nicht, meine Güte, ja. Also, wir haben richtig viel Freude gehabt an dieser Stelle hier. Sicherlich auch, es war bestimmt eine ganz tolle Geschichte. Wir haben tolle Berichterstattung gehabt und tolle Abenteuer. Ja, jetzt aber auch ist gut. So, Markus, dann ist auch Schluss. Wunderbar, haben wir alle. Meine Lieben. Natürlich nicht vergessen, abonnieren und natürlich auch die Glocke und natürlich auch die geilen Videos. Teil 1 unseres großen Gamescom-Abenteuer, den haben wir natürlich auch. Oh Gott, oh Gott, diese Nacht. Ganz klar, haben wir auch am Start. Aber jetzt muss die Rakete abheben, denn Raumschiff Game Two erwartet neue, spannende Abenteuer. Und wo immer es spannende Videospiele gibt, sind auch wir, um für euch darüber zu berichten. Auf geht's. Auf geht's.